wunderschönen guten morgen liebe freunde der sonne herzlich willkommen zu einer weiteren let's play witcher 3 blood and wine blut und wein ne das andere wein bin halt gut drauf habe das gefühl aber mir fehlt mein zeitmarkierer deswegen muss ich kurz in mein wohnzimmer geht und werde die aufnahme nicht stoppen oder anfangen und den timer noch starten bums aus nikolaus los geht's in your face will erase schnick schnack schnuck rein den kleinen muck ja diesmal habe ich auch nicht so lange pause gemacht zwischen den jeweiligen folgen das ist schon mal sehr cool dann weiß ich immer direkt wo ich war warum es ging und so weiter und so findet die schuhputzer aus der vision an ideen schuhputzer sorry okay war ein komischer frame drop drop it like it hard angeblich soll ich da raus mir fällt gerade ein wir haben dieses verdammte silverschwert nicht gefunden was ist das er und die da ja egal ich gehe das mal raus wenn wir draußen sind überlegen wir uns was wir als nächstes nehmen das ist gar nicht so weit weg dieses hauptfestig gerade mit 363 schritten aber vielleicht ist ja irgendwas mehr moment wir schauen wo das jetzt genau liegt liegt da ok 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 aber hier haben wir ja glaube ich auch erst mal der quest erledigt wir gucken einfach mal zu hause ist am schönsten lasko wo ja das ist weiter weg ritter zu diensten geht zum kamera belohnungen abholen nimm am turnier teil das ist auch egal quindt weinfäden kümmern sich um die probleme auf dem belgard weingut what wir haben das mit den weinfäden doch abgeschlossen unsere nebenquests sind fast weg wir müssen wieder neue aufgaben es gibt ja noch ein paar orte die wir wo wir die wo er als er oder wo man nicht war muss wahrscheinlich quest gibt und natürlich auch die anschlagbretter was ist denn das mit der weinfäde das verstehe ich gerade nicht hat mir das nicht alles schon erledigt gehabt also ich mache das jetzt trotzdem dass das gefällt mir gerade besser dass er will das mal abschließen deswegen mache ich das trotzdem aber ich bin gerade super verwirrt ich verstehe das gerade nicht hä wieso ist denn das fragezeichen nach da wenn wir hier schon mal waren ja also ich bin gerade ich verstehe es nicht also wir machen es auf jeden fall weil ich verstehe wieso noch was offen ist werden aber dieses eine fragezeichen da auch direkt mitnehmen wenn wir jetzt hier einmal den luxus haben und schnell reisen können von weg kreuz zu weg kreuz dann machen wir das fragezeichen hier was ich kenne schwirr haben wir denn ich verstehe es gerade nicht wir hatten doch auf beiden weingütern alles abgeschlossen dachte ich sehr merkwürdig oder unten am see vielleicht wieder ein paar ertrunkene gab es überhaupt schon mal eine quest bei blood and wine wo ertrunkene dabei waren ich glaube nicht ach ich glaube falsch aber in witcher 3 kam es super vor gerade am anfang in diesem mohrgebiet verständlicherweise so gehören jetzt die rumgeisternden gegner schon mit zu dem fragezeichen oder nicht hallo hallo wachter schatz sind diese nebeltypen ja neblinge könnten die zwar aus dem nebel rausholen habe ich das gerade zu faul für ich glaube wir schaffen das auch so wie ist denn das oh nice na komm her aber echt viele neblinge echt viele neblinge vier stück oder ich denke ich habe ganz gut gekämpft weil die sind eigentlich nicht so einfach fünfte essenz ja wir brauchten ja irgendwas für die katze ich habe schon vergessen was es war doch egal aber scheint eine essenslieferung auf jeden fall aber nicht essenslieferung auf jeden fall kaputt gegangen zu sein ist aussieht ein paar schlägereien haben auch schon eingestellt was soll denn dieses wolfsgeheul hier die ganze zeit nickel klumpen ich will mal kurz gucken wie viel essen wir haben also ob es jetzt auf so viel mittlerweile ist dass ich hier ohne probleme zwischendurch essen kann um mich zu heilen als ich glaube das reicht auf jeden fall alleine alleine zwiebeln von der verdammten zwiebelbande haben wir 38 wahrscheinlich nicht alle zwiebeln von denen aber die meisten zwiebeln wird von der verdammten zwiebelbande sein 38 stück dann haben wir noch 20 pilze das heißt da haben wir schon über 50 dann hier nochmal 13 grillte schweinefleisch 20 eier sieht doch nicht aus wie normales ei vielleicht wie ein entenei oder sowas äh ja ich denke wir haben echt genügend damit ich hier auch jetzt tagsüber einfach mal mir was in den hals schieben kann um mich schneller zu heilen wobei es fast sinnvoller ist das mit schwalbe zu machen fällt mir gerade ein weil wir haben wir haben viel mehr schnaps den man verwendet um tränke wieder aufzufüllen als essen weil ich glaube man braucht nur ein einziges eine einzige schnapsflasche um alle tränke wieder aufzufüllen deswegen und natürlich regeneriert schwalbe auch einfach mehr als das essen deswegen ist es vielleicht ich finde irgendwie cooler halt das mit essen zu machen weil es irgendwie auch logischer wirkt dass gerard aber was nachschauen der ist doch einfach gerne mann der ist gerne verdammt weiterführendes quest smegol sirkis oder serkis notizen löffel aus reinem gold hätte bestimmt auch diesen komischen dieser verzauberten frau gefallen die die ganzen löffel hatte smegol sirkis notizen ich habe ihn verloren meinen liebling jemand hat ihn mir gestohlen meinen schatz meinen löffel diese kreatur aus dem carobert der wald sie muss es gewesen sein die hilfskraft berichtet dass in der stadt überall von vermissten löffeln die rede ist und das schon eine ganze weile da diese kreaturen ganz buclair gestohlen hat und von unserer tapferen wache nicht gefasst wurde bedeutet das dass sie klug sein muss viel mehr gerissen und jeder der klug ist lässt mit sich reden besonders wenn es um geld geht also habe ich meinen jubilier martenberg gebeten einen löffel aus reinem gold anzufertigen den ich dann in dem carobert der wald mitnehme nachdem monster suche und ihm einen tausch vorschlage einen löffel aus gold für meinen kostbarsten löffel tja es hat leider nicht ganz funktioniert da ist gar nicht so weit gekommen weil ihn vorhanden neblinge zerfetzt haben tut mir leid jetzt gehen wir natürlich hierhin und da es da sowieso kein wegkreuz gibt können wir da auch mit plötze hinreiten kommen kommen her mein freund wird zeit dass du auch mal wieder anständig ausgeritten wirst wobei das ist ein verzauberter ein verzauberteres pferd ich weiß wie seine wache gestalt ist das auf jeden fall ich weiß es nicht ich weiß nicht es könnte ein magier sein wobei das glaube ich ehrlich gesagt nicht ich glaube nicht dass plötzlich ein magier ist also ein menschliches wesen das sich einfach verzaubert hat erstens war es ein ziemlich mächtiger zauberer und generell sehr mächtiger sehr mächtiger zauberer wenn er das könnte sich in dem pferd dauerhaft zu verwandeln und so und nicht abstürzen absteigen sollst du eigentlich absteigen steigen ab jetzt also er wäre schon sehr mächtig wenn er das könnte deswegen denke ich es eher ein verzaubertes wesen also es ist ein magisches wesen was genau weiß ich nicht aber ich denke es ist ein magisches wesen so eine art dämonen oder oder djinn oder sowas au was an diesen scheiß tausend wie so nervt ist dass man die halt nicht dauernd angreifen kann manchmal machen sie halt angriffe da kann man überhaupt nicht drauf reagieren und dann sind sie auch schnell wieder weg und und dann machen das da das sind echt nervige angriffe äh nervige angriffe nervige gegner aber cool ich mag hier irgendwie kleiner weniger natürlich war die weiße variante wie hießen die weiße mit oder so die weiße variante war natürlich noch mal deutlich geiler als die normale wir brüten die riesen tausend füßler ich sollte das mess zerstören sagt los ups gibt es da irgendwas ganzes man hat ja auch waffen da drin liegen oder so diesmal leider nicht oder so eine leiche rot sogar liste mit belgards siegel ach ja stimmt das ist ja auch im quest fällt mir gerade wieder ein und nicht nur ein fragezeichen lieber gabriel wie du sicherlich weißt ist nach dem tod des grafen die gesamte verantwortung für belgards und die verwaltung mir zugefallen in dieser funktion wende ich mich an dich und bitte um hilfe da du sowohl der beste wünschelroutengänger am ganzen herzogtum und ein lieber freund bist ich hoffe dass du mir deine dienste zur verfügung stellst schon seltsam dass ich deine dienste beim verwalten meines weinguts einmal brauchen würde und gleich erfährst du auch warum von vor seinem tot hat graf krespi eine besonders wertvolle ladung setzlinge bestellt und wenn wir sie nicht bald einpflanzen verwelken sie und gehen kaputt leider hat der graf nicht gesagt wo wir auf dem gut den boden für diese setzlinge vorbereiten sollen der geologe den der graf beauftragt hatte uns den geeignetsten boden zu zeigen hat seine großzügige bezahlung eingestrichen und ist verschwunden es würde mich nicht wundern wenn er nur ein betrüger ist aber nun zur eigentlichen sache ich möchte dich bitten dein könne als wünschelroutengänger einzusetzen und uns zu sagen wo wir diese wertvollen reben pflanzen sollen hoffentlich hast du erbarmt mit einem alten freund und nimmst dich umgehend diese angelegenheit an zwar sind die kassen von belgert leer aber ich werde einen weg finden dich für deine mühe zu belohnen zu belohnen dein freund jerry pierce sei vorsichtig denn die gegend ist seit dem tod von graf krespi nicht mehr so sicher wie früher tja die warnung war zurecht aber leider war nicht vorsichtig genug denn er ist tot okay dann würde ich sagen nehmen wir das fragezeichen auch noch mit wir machen dann direkt mal die fragezeichen in der gegner also wieder sagen wir gehen dann hier hin und arbeiten das dann so hier ab dann haben wir nämlich das hier erstmal geklärt weil ich weiß auch gar nicht ob wir noch mal in die gegend kommen mit mit nebenquests wie gesagt die meisten nebenquests haben wir mittlerweile abgearbeitet zumindestens von denen die wir jetzt auch bis jetzt eingesammelt haben aber es gibt halt noch ein paar erstens gibt es ja immer mal ein paar nebenquests die man so antrifft und dann haben wir hier halt noch zwei unter aber krassen wir haben echt schon wieder fast alles aufgedeckt was es aufzudecken gibt schade eigentlich das heißt so viele nebenquests und neue fragezeichen kommen gar nicht dazu es sind nur noch zwei anschlag bretter die mir fehlen ach plätze nicht da unten ne hier kommt es wieder nicht hoch oder noch schwierig ich renne mal weiter im moment hier aber das heißt so viel ist es gar nicht aber ich bin ja nicht wirklich schnell beim hauptfest vorangekommen das heißt das hauptfest wird wahrscheinlich noch noch einige stunden gehen weil sonst werden wir das wahrscheinlich nicht schaffen mit ist dort ein nest da liegt auf jeden fall jemand aber das sieht doch aus wie ein nest aber es gibt keine markierung sagen wir mal kann es sein dass wir schon ewig keinen mehr direkt umgebracht haben mit unserer fähigkeit haben wir die überhaupt noch ausgewählt wenn ich es nicht besser wüsste würde ich sagen die ist nicht mehr ausgewählt kämpfe ich auch immer mit adrenalin punkt ich zauber schon gar nicht mehr ich glaube ich muss mal nachschauen das nervt gerade ein bisschen ich glaube ich einfach nicht zu wissen das jetzt ausgewählt ist oder nicht was war das für eine fähigkeit ich bin gerade steht auf dem schlauch wo es anders war das hier so ein extra ding oder wenn du im nahrkampf schaden erleidet wirken 1,5 prozent pro punkt deiner toxität auf den gegnern ich werde angriffe wirken 25 prozent es ist gar nicht ausgewählt das ist ausgewählt dann kann das in allen fällen mit den individuellen fertigkeitspunkte 2 von 3 also muss es ja irgendwo hier drin gewesen sein so moment mal ist das hier jeder adrenalin fügt der chance auf sofortiges töten des gegners 2 prozent hinzu doch ist noch ausgewählt hier ok ja gut ich brauche jetzt für mich einfach nur mal die sicherheit dass es noch an ist also dann ist es mir egal ich meine 2 prozent ist auch nicht hoch aber je adrenalin punkt das heißt wir kommen bis auf 6 prozent aber wie gesagt wir gehen es einfach nur für mich selbst jetzt weil ich irgendwie unsicher war ob es noch ausgewählt ist ja das hier sieht aus wie ein monsternest ist aber einfach nur eine ansammlung an knochen und cetera hier gibt es auch überhaupt gar nichts also ich hätte ja überhaupt niemanden umbringen müssen außer dieses verwesende fleisch und halt die sachen die in den überresten drin waren ist ja einfach nichts tut mir leid plötzlich dass ich das deswegen dass ich dich habe deswegen eingreifen lassen oh bitte pferde hallo guck mal plötzlich deine verwandten ach ne stimmt du bist ja kein echtes pferd aber du tust zumindest so so weiter geht's ach die landschaft schon wieder ich könnte mich wieder anhalten und einfach stehen bleiben und mich ein bisschen umgucken aber wollen ja auch vorankommen na komm oder halt auch nicht fast schon eine bewachsene steppe hier auch wenn das ein bisschen merkwürdig klingt ja hat ja eigentlich keine wirklichen bäume was haben wir da verlassener ort oder wie verlassene städte versteckter schatz was das ist ein gegner das kann aussieht normaler arbeiter sind banditen aber geil mal wieder banditen und keine von dieser blöden hanse oh ich hab gar keinen muss mal wieder nächtigen ich hab gar keinen au stimmt wenn ich jemanden umbringen bekomme ich doch jetzt auch energie dazu oder es war doch das böser kopf weg aus was war der billige banditen aber okay es waren halt auch nur banditen hier bekommt man zumindest wieder anständig essen leider viel essen mit elf sachen wo das wollte ich nicht jetzt haben wir mal eine stunde nächtigen weil ich einfach keine tränke mehr habe oder fast keine nicht nächtigen sondern ausruhen warten meditieren wie auch immer da fehlt ein großes stück arm ist auch schulter mit dran lecker lecker baguette mit fischpartie scheint ja alles ein bisschen feindwecker zu sein wie es aussieht viel essen der hat noch ein bisschen schnaps tut mir ja fast ich verstehe nicht warum sie gegen mich kämpfen mussten es tut mir ja fast leid dass ich die umbringen musste ich meine dann hätte ich ja schön was zusammen essen und trinken können aber nein geht natürlich nicht wir müssen wieder alle durchdrehen und müssen uns umbringen lassen idioten ja trotzdem wie eine verlassene städte auch wenn es keine zu sein scheint oh weiterführendes quest ja befehle von graubi pellegrin und schlüssel des gärtners oh feiter feiter knapp pustet diesem pisser quail das licht aus der arschsack versucht uns umzubringen die karawane war diesmal bis an die zähne bewaffnet er hat seine schwarzen kumpels bei der botschaft bestochen da bin ich sicher natürlich haben wir trotzdem die meisten umgebracht aber es sind auch ein paar unserer männer drauf gegangen quail will es uns besorgen besorgen wir es ihm schnappt ihn röstet ihm die füße und findet raus wo sein anteil von den beute zügen ist er kann ja nicht alles beim quinn verzockt haben wenn ihr das habt lasst ihr ihn den finsteren fandango tanzen ich sage ja man kriegt auch immer mal so wieder ein nebenquest wie jetzt halt ich will den schrott nicht einsammeln auch wenn es dann weiterhin rot leuchtet doch krass wenn man einfach eine millionen leere flaschen findet ob man die so viel verwenden oh das ist offen ach ich dachte schon ich dachte schon dass dieses komische kleine ding da offen ist hätte mich stark gewundert ein färber viel wert generell dieses färber zeug ist so viel wert achso das war ne das war ein ganzes konvolut was wir gerade gelootet haben schnapps kann man immer mal gebrauchen da haben sie einen aufgeknüpft abgeschlossen war klar puste blume achso wir müssen ja irgendwas suchen hier fällt mir gerade auf suchen da werkt nach der truhe mit der beute ok wenn wir hier nirgendwo reinkommen müsste man das doch eigentlich total einfach finden oder nicht das haben wir ja krass versteckt tagebuch von quell dem gärtner welche schemas anständig anständig viel was wir da mitnehmen 21. Tag im Dienst Götter ist das öde hier gibt es wirklich gar nichts zu tun eine kurze Morgenrunde reicht um alle Pflanzen zu gießen das Blumenbeet von der Botschaft braucht auch nicht viel Pflege und so geht es Tag für Tag vielleicht schaue ich heute in San Sebastian vorbei ich spiele ein Ründchen Quint 200. Tag im Dienst ich hasse Quint ich habe einen Monatslohn verloren eigentlich auch den nächsten jetzt habe ich Schulden bei diesem Graubie Pellegrin der versteht bei sowas keinen Spaß ich muss irgendwie ein paar Florin zusammen kratzen sonst geht das übel für mich aus 24. Tag im Dienst ich habe gehört wie der Botschafter seinem Sekretär Anweisungen gegeben hat in den nächsten Tagen schicken sie einen Weintransport für den kaiserlichen Hof zusammen mit nicht genutzten operativen Ressourcen ich schätze damit ist ein Sack voller Florin gemeint solche Informationen könnten einem Knaben aus dem richtigen Stadtteil ein Vermögen wert sein 27. Tag im Dienst Traubie Pellegrin hat die Eskorte der Karawane geschlachtet und die Fracht geklaut er besaß die Stirn mir ein volles Geldsäckel in die Botschaft zu bringen das sei mein Anteil ich spucke auf sein Geld aber ich fürchte ich werde es noch früh genug brauchen ich habe es an einem sicheren Ort versteckt seit der alte Ralf tot ist kauft er doch niemand mehr über über Töpfe aus Holz deine Werkstatt ist das ideale Versteck 29. Tag im Dienst Graubie hat mir aufgetragen in der Botschaft die Augen nach der nächsten geplanten Karawane offen zu halten ganz beiläufig hat er hinzugefügt dass der Wachkommandant sicher schockiert wäre von meiner Rolle beim vorigen Überfall zu erfahren ich hatte die Ruhe der Karawane aus dem Büro des Sekretärs gestohlen das war der Preis den ich für meine idiotische Idee bezahlen musste mit Graubie Pellegrin zusammenzuarbeiten 31. Tag im Dienst Die Karawane ist aufgebrochen diesmal wird sie von Arnold F. Blum eskortiert dem Kommandanten der Botschaftswache Graubies Männer wissen nicht dass ihnen ein Kampf gegen Elitesoldaten bevorsteht wenn er es erfährt wird es Zeit von hier zu verschwinden ich müsste genügend Erspartes haben um irgendwo weit weit weg nochmal von vorne anzufangen Mächt scheint mir ein gutes Ziel zu sein Geschafft jetzt müssen wir aber nochmal das wobei wir müssen eigentlich das andere Quest gar nicht auswählen weil es war ja eh per Fragezeichen markiert und die wollen wir jetzt sowieso alle abarbeiten Machen wir aber erst beim nächsten Mal bis zum nächsten Mal in der Praxis bis zum nächsten Mal in der Praxis